So, hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Opening und zwar, wie ihr sehen könnt, machen wir heute Display zu Farbenstock auf. Ein Sealed Display hier. Anderthalb Wochen vor Release. Das kommt ja von dem Prelease Zeug und ja, ihr habt ja mit dem 100er Opening schon gut vorgelegt. Ich würde sagen, wir gucken mal. War sehr gut, war sehr gut, ja. Was sehr schönes bei rumkommt. Also ich bin mega gehypt. Vor allem bin ich jetzt mal auf die Pull-Rate gespannt, wie viel wir da erwarten können. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir haben im 100er Opening ja fünf Stück gezogen. Ja. Fünf Stück waren das? Okay. Und die sind tatsächlich auf dem Reverse Slot. Finde ich aber gar nicht so schlecht ehrlich gesagt. Ich finde es gar nicht so bad. Ja komm, wir sind froh, dass die da sind. Und ja, ich freue mich jetzt auf jeden Fall mal auf das allererste Pack von Farbenstock, was ich jetzt überhaupt aufmachen darf. Ich habe ja versucht im Urlaub welche ranzukriegen. Ich habe leider keine gekriegt, aber das ist ein gutes Set. Hast du keine Connections? Leider nicht. Die Card Buddies Connections hätte ich gehabt, aber ich war ein bisschen zu weit weg. Was gibt sie noch so schönes? Papeller? Haben wir uns die schon? Ja, die gibt es auch in Full Art. Super ugly. Aber ich sehe schon, es sind wieder sehr schöne Artworks auf dem Wear Slot. Und ja, ihr könnt das Set noch vorbestellen bei uns im Shop. Unten ist der Link in der Beschreibung. Bin ich überhaupt in der Kamera? Ja, ein Flummel. Und ein Barakiefer. Nice. Eigentlich nicht so nice, aber... Oh, die Alga. Und die Holos in dem Set sind ja der Knaller, gell? Echt? Zeig mal. Da, die Alga. Gibt es doch Palkia? Ne, Palkia nicht. Ja, ist schon eine schöne Karte. Aber du wirst, wenn du ein paar Holos siehst, dann... Scheiß. Wie gesagt, ich persönlich bin ja jetzt sehr, sehr gehypt auf das neue Set endlich. Ja, wieder mal keines Liebes. Weil nach Weg des Champs war ja jetzt, ich sag mal, ein bisschen... Wie soll man sagen? Ein bisschen... Weg des Champs war Fluch und Singen zugleich, sagen wir es einfach so. Und deswegen ist es schön, dass jetzt neuer, frischer Wind endlich da reinkommt, ne? Und... Uh, Galaflampidian. Wobei ich ja von Weg des Champs gerne noch Sachen aufmachen würde, gell? Ich denke, das kriegen wir noch hin. Es kam mir jetzt noch ne Nachlieferung. Es kann sein, dass heute sogar noch mal ein paar Sachen in den Shop kommen. Schaut da gerne mal rein. Und der englische Reapment kommt ja auch. Aber weißt du, worauf ich mich am meisten freue? Verborgenes Schicksal, ETB, deutscher Reapment im Januar. Insane, ey. Insane. Also, da freue ich mich halt mega drauf. Falls ihr euch fragt, kann man die bei uns vorbestellen? Ja, man wird sie bei uns bestellen können, wenn wir wissen, wie viele wir kriegen werden. Weil aktuell haben wir halt einfach nur ne Bestellmenge sagen können und wie das bei den meisten Sachen so ist. Wie das bei den meisten Sachen halt so ist. Wir wissen nicht, wie viel wir am Ende bekommen. Deswegen machen wir es wie bei Weg des Champs. Die Leute, die Sachen werden bei uns die Liga angestellt. Okay. Die gibt es auch in Full Art. Oh, die werden wahrscheinlich ganz geil. Ich glaube, acht Full Art Trainer sind da drin. Acht? Okay, das ist geil. Das finde ich. Wie gesagt, die Sachen wird es dann halt bei uns dann im Shop geben, wenn die Sachen auch wirklich bei uns vor der Tür stehen. Das hat bei Weg des Champs ganz gut funktioniert. Und... Da legst du gerne. Wow. Mega schön. Mega. Sehr nice. Und ja, nur, dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Und weißt du, was ich schon gesagt habe, oder mir gedacht habe, wenn wirklich alle kommen sollten, tausender verborgenen Schicksal, wäre schon mal ne Maßnahme eigentlich. Wären ja nur 100 ETB. Wäre ja mal ne Maßnahme. Also, ich hoffe einfach, dass sie wirklich diesen... Ich hoffe irgendwie ein bisschen, dass sie das Set overprinten. Weil es halt einfach ein geiles Set ist. Ja. Und... Ja, aber ich finde es halt auch... Oh, ein Wufels. Rolltoball. Der ist auch als Full Art da drin. Der ist irgendwie nie, Junge. Und rumfahren und... Oh! Maritalin V-Max. Oh mein Gott, sieht die gut aus. Ja, man. Habt ihr nur nicht gezogen wahrscheinlich, ne? Nee. Und guck dir mal die Struktur an der Karten. Sie ist fast nicht vorhanden. Und die sind alle so. Tatsächlich. Der ganze Print ist so. Aber minimal, ne? Ja, ganz leicht. Wie die japanischen Karten. Aber finde ich gar nicht so schlimm. Finde ich gar nicht so schlimm. Was wollte ich jetzt gerade noch sagen? Ja, wie gesagt. Ich freue mich auch jetzt auf das Set. Und ja. Wenn ihr Bock habt, weiter Farben-Shop-Videos zu sehen, ne? Gerne Kanal abonnieren. Mit Dario machen wir auch wieder Prelease-Content. Das kommt dann auf jeden Fall die nächsten Tage. Weil ihr fragt irgendwie immer wieder. Kommen wieder Videos mit Dario? Es kommen doch permanent Videos mit Dario, oder? Das war ne Holung. Das war ne Holung? Ja. Stimmt. Rip. Aber ja. Ich freue mich jetzt immer auf die erste. Ich habe mir schon die anderen Deutschen angeguckt, die ihr gezogen habt. Und ich finde, die sehen schon geil aus. Also... Ich finde es nice. Ich freue mich. So, Maruga. Und wir können hier wieder in Glurak. Das ist Holung? Ja. Okay. Ja, dann würde ich mal sagen. Handma, Maholo, Glurak. Habt ihr die schon gezogen? Mhm. Und ein Morlord. Aber es gibt ja die Bambuli und ein Krabons. Die Prelease-Promo. Wir machen übrigens morgen, Leute. Falls ihr es schon gesehen habt, dieses wunderschöne Prelease-Kit-Disclosure. Prelease. Und da freue ich mich auch. Hoffentlich ganz viele Gluraks. Und wie ihr auch schon sehen könnt. Ich weiß nicht, habt ihr das in einem anderen Video angeteasert? Oder erzählt? Ich meine, man hat es ja offensichtlich gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählt habe. Dass das Video, dass das Setup umgedreht ist, endlich. Ah doch, ja, tatsächlich. Und die Leute haben gesagt, ne, Leute, guck mal her. Weißer Hintergrund. Es ist endlich. Ich muss sagen, ich finde, Real Talk, man könnte das eigentlich fast schon weiß lassen, weil es einfach clean ist. Aber wir sind am überlegen, wie wir es genau machen. Steineri, was kann die? Du kriegst 20 Schadenspunkte weniger. Oh. Okay, also ein bisschen Resistance. Aroma-Energie. Das Pflanzbuch, wenn man das gerade angelegt ist, erholt sich von allen speziellen Zuständen. Oh, klar. Das kann sich halt decken, ne? Das ist nice. Okay, das ist sehr nice. Wir sind so ein bisschen am überlegen. Und das ist die bescheuertste Karte, die es gibt, ey. Welche? Die? Lest den Namen bitte jetzt. Laut vor. Petra-Fakt. So dumm, ey. Warum nicht Petras-Fakt oder so? Ja, keine Ahnung. Es ist Petra-Fakt. Durchsuche und ein Denk, da bist du zwei seltene Fussier. Ja, die ist ja auch noch weg dazu. Uff, Alter. Uff, uff, uff. Pritz-Igel. Nein, Pritz-Igel ist keine Rare. Und, oh, Koko-Wein. Koko-Wein sieht auch schön aus. Ne, Mann. Wieder sehr schöne Art, das muss ich auch wirklich so sagen. Ne, wir waren jetzt mal überlegen, dass wir es so machen. Wir haben ja gesagt, wir wollen Fanpost-Wand machen. Ach, komm mal on, ey. Ich glaube, wir werden es jetzt so machen, dass wir so Nanoleaves, unser Logo quasi da zwischen uns quasi machen. Wäre, glaube ich, ganz nice. Und dann drumherum quasi so die... Rockkaiman und Nanyask. Die Fanpost. Was es auch wieder geben wird demnächst. Die Kate ist auch. Nehm eine beliebige Kombination aus bis zu vier Wasser-Pokémon und Wasser-Oder und vier Energie-Karten aus deinem Ablagestapel auf deine Hand. Okay, die ist stark. Ist die auch ein Folat? Ja. Das ist ja das, was Elina gerne haben möchte. Wir haben die ja in Rainbow gezogen im 100er. Oh, echt? Nicht gesehen? Ne, also ich habe so ein bisschen reingeguckt, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich hole sie mal ganz kurz. Holst du mal die Puls. Nice. Aber Leute, wie gesagt, Fanpost kommt jetzt demnächst. Wir wollten ja eigentlich einen Stream machen. Das hat dann zeitlich nicht mehr geklappt. Okay. Klappt, aber das werden wir auf definitiv nachholen. Und demnächst. Nein, schau, aber nichts geklaut. Ich bin nur einmal durchgegangen und habe gesehen, oha, da sind viele Hits. Ah, da war sie ja. Oho, ja. Oha. Die wird, glaube ich, ganz nett aussehen. Oha, die haben ja auch tatsächlich keine Struktur. Ganz wenig bis gar nicht. Okay, vielleicht ist es auch gewollt. Das weißt du halt nicht. Ja, ist gewollt. Das ist ja, der Print ist ganz anders. Als hätten sie es gar nicht da geprintet, wo sonst geprintet. Oder sie wollen es halt wirklich an die japanischen Karten ein bisschen anlegen. Oh, Lugia. Kann es sein, dass die wirklich nur Legendary ziehen? Fast. Aha. Wobei ich sagen muss, ich hätte das Rare Artwork, das ist, ich glaube, Flammen und Finsternes, war es mehr gefeiert. Als Hologi. Aber das ist auch ein geiles Artwork. Und ein Digni-Atom. Ja, die Holos werden auf jeden Fall mal interessanter, sagen wir es einfach mal so. Ja. Aber bis jetzt ein bisschen eine Puls-Laute tatsächlich. Da haben wir ja noch ein 2-Hit-Display erwischen. Aber weißt du, es sind jetzt ja auch zwei Gold-Shiny-Set, oder? Ja. Farikadax und Komadutern, oder? Ja. Oh, die Anzieh. Wieder was für dich. Auch ein Holos. Und die Pixi. Nice. Denne, Delino, Yamaha, Zwotronin und ein Ampharos. Ein super schönes Ampharos. Ja, Mann. Ist die auch in Full Art im Set? Ja. Oh. Ich glaube, da sind normale 18 V-Karten drin. Echt? Ja. Und davon hat fast jeder eine Full Art. Also dieses Set ist riesig. Kann sein. Ja, ich sehe es gerade. 185 Karten. Kann sein, dass das wieder das größte Set ist. Bisher, ja. Oha, nice. Aber muss ich sagen, finde ich eigentlich ganz nice gerade. Ich kann mich, wie gesagt, nicht mehr so richtig an die komplette Setliste erinnern. Aber. Also wie gesagt, die Setliste ist riesig. Also, was wir da alles reingepatscht haben, ist schon krass. Ich freue mich. Wir haben Riolu, Kamehaps, Tepec. Oh, die ist schön. Haben wir die schon mal gezogen? Nein, auch das erste Mal. Boah, die ist schön. Ja, als Reverse. Ja, als Reverse haben wir die gezogen. Oha. Nice. Oh, man kann sich mal wieder über Holos freuen. Ja, Mann. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt doch Bock, einen Ordner anzulegen, wo nur Holos drin sind. Ja, dann würde ich sagen. Weil das ist doch ganz nice eigentlich angeschissen. Let's go. Garno Will, ein Schmalbini. Oh, LiRat. War das die, die auch? Die Spielbarste. Die Spielbarste. Oha. Also, ich finde, das ist gar kein Problem, dass die auf mir beruflaut sind. Und ich habe noch gesehen, noch einen Hitter hin. Der Monte Cabo V. Okay, Monte Cabo V. Sieht ein bisschen wack aus. Aber. Ist aber auch als Fullat drin und als V-Max und als V-Max Rainbow. Also, das Set gönnt einiges. Guckt euch. Die habt ihr noch nicht gezogen, ne? Glaub ich. Doch, auch. Wir haben alle gezogen, bis auf eine. Raiko fehlt noch. Traumgebung. Einmal, wenn dein Zuge ist, wenn dieses Pokémon in der aktiven Position ist, kannst du dir die obersten zwei Karten als sechs anschauen. Eine von den Fähigkeiten. Oha. Das ist gut. Wahrscheinlich wegen der Fähigkeit. Ja. Ohne Scheiß. Die finde ich mega schön. Auch so wegen diesen kleinen Akzenten, dass das hier glitzert noch. Die Fähigkeit der Türen. Und der Angriff ist halt extrem heavy, wenn du das rauskriegst. Ich suche dann ein Denker bis zu sieben Master-Energie-Karten und lege sie Beliege in deinen Pokémon. Oha, das ist crazy. Ja, das ist wieder mal ein Hierarchie, was schweine teuer wird. Ja. Hierarchie hat irgendwie immer so das Talent dazu, schweine teuer zu werden, ne? Ja. Oha, das ist auch ein schönes Artwork mit Kate im Hintergrund. Ich muss vor allem sagen, was mir halt gefällt sind, sind die kleinen Details, dass hier auch die Sachen hier glitzern. Da habe ich letztens, wo ich jetzt bei Dario war, der hat mir seine ganzen Goldstars gezeigt. Und da habe ich mal gesehen, wie die, da sind mir nochmal so kleine Details auf den Goldstars-Karten eingefallen. Die haben hier so einen Rand um die Attacke gehabt, der auch glitzert quasi und das sieht halt mega schön aus. Ja, nice. Läuft. Das ist gut. Wir haben hier einen Caster. Ich freue mich richtig. Also Realtalk, ich freue mich richtig. Wuffels, Krakelo und Monte Cabo in VMAX. Wo du es gerade gesagt hast, ne? Und auch absolut keine Struktur. Aber eine schöne Struktur. Aber davon weißt du, dass im nächsten Set auch das Vieh in Shiny kommt. Weil irgendwo müssen ja die 123 Shinies herkommen. Uff. Tatsächlich, ja. 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 Ja, ich freue mich. Wir machen auf jeden Fall wieder ein Tausender-Opening. Safe. Also wir haben unsere Release-Menge schon zugesichert bekommen. Das heißt, es sollte eigentlich safe sein. Es wird natürlich wieder Openings für euch im Stream geben. Wir hoffen, dass die ETB und die Blister verfügbar sein werden nach Release. Die waren ja vorher schon überverkauft. Da wussten wir eben noch nicht, was damit abgeht. Deswegen haben wir da keine vorverkauft mehr. Und was kann die? Sie gut. Anbinden. Während des nächsten zugetan des Gegners kann sich das verteidigende Pokémon nicht zurückziehen. Und Dschungelaufstand, ne Laufstand war irgendwie, du kannst bis zu zwei Basis-Energien aus deiner Hand beliebig an die Pokémon auf deiner Bank anlegen, wenn du auf diese Weise angelegte Energien, heile sehen Schaden weiterhin allerdings. Ist vielleicht ganz nice in Pflanzendecks. Nur im Moment habe ich überhaupt absolut überhaupt keinen Überblick, was in der Meta gut ist und ob überhaupt Pflanze überhaupt irgendwie gespielt wird. Oha, Dianzi, das ist schon mal direkt meins. Okay. Na dann, rein da würde ich sagen. Ach komm. Und das ist wieder tatsächlich eine Legia als Holo. Also ich glaube, das sind wirklich eine Legia als Holo. Das ist echt, also das finde ich cool. Also wie gesagt, bis jetzt muss ich sagen, Pikachu würde ich natürlich auch sehr gerne noch ziehen. Da habe ich das Regular Art schon gesehen und habe gedacht, schöne Karte. Ich würde sagen, da haben wir wieder ein bisschen Spaß. Es kann jetzt sogar sein, dass es das letzte Regular Set ist, bis Mai nächsten Jahres tatsächlich, weil ja im Februar das 4,5 Set rauskommt. Was? Oh, Gedächtniskapsel. Goldfinger in den Chat, Leute. Oh, die sieht aber auch cool aus. Was ich so geil an dem Set finde, ist dieses bunte quasi. Dieses bunt-fimte. Ja. Was kann die? Das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, kann die Attacke aus vorher vorangegangenen Entwicklungen einsetzen. Ne, nachdem was die Basics können. Ja. Das ist nice. Es gibt ja viele Karten, die Basic-Attacken haben, die schon schlecht sind. Und wir haben wieder eine Gold-Karte gezogen. Aber ja, wie gesagt, das 4,5 Set, was im Februar rauskommen wird, ist jetzt eigentlich schon announced. Ich glaube, so 18, 19, da irgendwie so Mitte Februar halt jetzt, den normalen Release, was eigentlich, wo das 5 Set hätte rauskommen sollen, kommt jetzt das 25-jährige Set quasi. Und ich will sehr wahrscheinlich das Shiny Vault Set sein, was jetzt in Japan rauskommt. Denn es gab jetzt schon englische Druckkarten, also es gab schon gedruckte englische Karten, die man gesehen hatte im Internet, von Lapras VMAX in Shiny und Durac VMAX in Shiny. Das heißt, das Set wurde schon geprintet, das heißt, oder ist gerade vielleicht in Print gerade. Und es wird ja jetzt ein Print sein für eben Februar dann wahrscheinlich. Und ja, kann man ziemlich sicher dann davon ausgehen, dass das Ganze dann da im Februar zu uns kommt. Und das wird crazy. Zapdos. Hat übrigens auch eine Holo. Das habe ich mir jetzt gedacht, das wäre wahrscheinlich auch logisch gewesen, ne? Ja. Und ja, ich weiß nicht, hast du Bock auf so einen Hidden Fate Set nochmal? Eigentlich schon, oder? Klar. Garnovel und Terrakium. Pass auf, jetzt kommt halt, jetzt kommt halt Verborgen-Schicksal-Reprint so kurz zum Aufwärmen und dann kommt das Set. Ey, das wird crazy. Das wird richtig krank. Und das ist schon ein guter Einstand, denke ich mal, für den Vollzeit-Einstieg hier, ne? Vollzeit-Huzzle und... Chinese-Handeln, ne? Chinese-Handeln. Aber bis jetzt relativ wenig, bis jetzt nur eine Amazing-Rare, ne? Das ist tatsächlich nicht so amazing. Ja, aber du hattest ja ein bisschen Angst, dass wenn sie auf dem Reverse-Lazen so ein bisschen overprinted sind, aber eigentlich nicht, ne? Das geht. Das geht. Das geht. Und, oh, Toggle-Kiss. Die nächste wie drei V-Max aus einem Display-Crazy. Aber jetzt sehe, was du meinst. Ich weiß noch nicht so richtig, was davon halten soll. Aber schöne Karten sind es auf jeden Fall. Toggle-Kiss ist halt generell auch ein cooles Pokémon, finde ich. Nice. Also bis jetzt schon mal ein sehr starkes Display. Ach, sitzt schon. Und wir haben jetzt noch insgesamt vier Booster. Ich gucke noch mal was. Samurzow. Fleckneul. Kieruli. Burgel. Oh, da ist Kamara. Na dann. Aber ich sei am Voraus, das Artworks finde ich nice. Die Fullart sieht mega aus. Ich glaube, die habe ich sogar schon mal gesehen. Oh, Potrott. Potrott ist back. Don't fuckle with the Shackle. Nice. Oh, Gummell. Ein Subladin. Kate. Und, oh, noch mal die Kate in Rainbow. Hallo. Jetzt haben wir sie gerade einmal gehabt. Jetzt haben wir sie noch mal. Oha, Crazy Display. Eine Secret-Ware und eine Rainbow-Ware. Aber bisher waren unsere Privat-Displays doch immer total bescheuert. Die waren immer gut, ne? Nice. Und hier, du magst doch Käse, oder? Oh, ja. Käse macht alles besser. Käse macht alles besser. So, Leute, die letzten Packs sind da. Checkt, wie gesagt, sehr, sehr gerne Insta und Twitch ab. Da sind wir relativ aktiv dabei. Und mit Bürostreams und so. Falls ihr sehen wollt, wie eure Pakete verpackt werden. Und ja. Auf die letzten beiden Packs. Krakelo. Oh, guck mal. Palim, palim. Oh, Fiffchen. Nummer 10. Schuppe. Fanti. Sapladin. Samurzu. Gutexte. Und können wir noch mal was? Eine. Eine was? Eine Dings? Eine. Eine Amazing-Ware. Holy fuck. Und nochmal. Oh, Durengard. Oha, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Zehn-Hit-Display, Leute. Zehn-Hit-Display. Kann man auch noch nicht. Morgen machen wir zehn Preview-Skits auf. Freut euch drauf. Wir sehen uns dann morgen. Und ja. Haut rein. Bye, bye. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freu mich auf den Farmshop. Ciao.